Hallo, liebe MSX FAQ-Leser. Ich versuche einfach mal einen Schultenant anzulegen, auch wenn ich keine Schule bin, aber ich gebe mich einfach mal dafür aus und versuche die Schritte durchzuführen, die ich gerade beschrieben habe. Das heißt, Teams für Schulen ist eine Möglichkeit, kostenfrei sehr viele Schüler und Lehrer in eine Office 365-Umgebung live zu schalten. Es handelt sich dabei nicht um die kostenfreie Version von Teams, die es natürlich auch gibt, die Microsoft ursprünglich für 300 Benutzer limitiert hatte und aufgrund der Corona-Aktionen im Moment unbeschränkt hat. Aber das wird nicht auf Dauer funktionieren, das wird also auf einige Monate vermutlich beschränkt sein. Deshalb gibt es diese A1-Lizenz, die Sie problemlos installieren können und der Vorteil davon ist, dass Schüler und Lehrer auch eine volle Version von Excel und PowerPoint haben. Die Einrichtung ist eigentlich relativ einfach. Ich habe hier eine Checkliste, wir müssen uns zuerst einen Mandant anlegen. Das heißt, ich klicke auf diesen Link hier drauf, warte bis die Webseite kommt. Sie sehen hier nochmal die Gegenüberstellung. A1 ist kostenfrei, inklusive Word, Excel, PowerPoint, 50 GB, Postfach, OneDrive, SharePoint, Streams, Teams, alles drum und dran. Und wenn Lehrer zum Beispiel etwas mehr machen möchten oder auch einen Rektor oder wie auch immer, dann kann man immer noch für ausgewählte Benutzer, sprich Lehrer, eine A3 oder A5 sehr günstig lizenzieren und hat dabei zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel Bookings. Bookings ist eine Möglichkeit, wie Lehrer wegen mehr Sprechzeiten mit Eltern aushandeln können. Stellen Sie sich vor, auf einer Webseite kann ein Lehrer sagen, zu denen und denen und denen, in den Zeiten bin ich verfügbar und alle Eltern können sich die Zeiten selbst aussuchen und quasi selbst Termine vereinbaren. Das ist aber nicht das Ziel, der Schwerpunkt letzt läuft auf Teams. Klicke hier drauf, kostenlose Version nutzen und in dem Moment möchte er von mir wissen, wer ich bin. Ich trage also zuerst Deutschland ein oder im Englischen natürlich dann Germany, je nach von Ihrem Browser. Sie geben dem Kit einen Namen, ich nehme jetzt mal ganz normal meinen richtigen Namen und ich sage, ich heiße Frank von Karius at network.de. Ich gebe hier meine Telefonnummer ein und dort sage ich einfach mal wegen mir, das soll mal so reichen. Ich sage einfach OK. Als nächstes möchte er wissen, mit welchem Benutzer ich mich an dem Tenant anmelden. Das ist der erste Admin. Also nenne ich den einfach wegen mir Admin. Sie können auch Schuladmin nehmen oder sonst was. Wenn Ihnen Admin zu allgemein ist, dann können Sie natürlich sagen Admin 1 und dann brauchen Sie eine Company. Das hier muss ein freier Name sein. Sie können schlecht vorher prüfen, welcher frei ist. Ich mache hier einfach MSXFAQ.org, weil den anderen Namen habe ich schon. Und Sie sehen, das ist später mal ein Anmeldennamen und der Hake dabei heißt, jup, alles in Ordnung. Jetzt gebe ich ein Kennwort ein. Das muss ich zweimal eingeben. Ich folge natürlich den Geschichten. Microsoft soll das nicht mit Partnern machen. Sie brauchen mich auch nicht anzumelden. Also merke ich mir mal diesen Namen hier und sage, lege meinen Account an. So, jetzt kommt die Rückfrage, dass ich mich identifiziere. Es könnte ja jeder so etwas automatisch anlegen. Das heißt, er möchte mich einfach anrufen. Das heißt, ich wähle hier jetzt plus 49 für Deutschland. Nachdem ich Deutschland ausgewählt habe und ich möchte gerne einen Anruf per SMS bekommen, sage ich einfach, schicke mir eine SMS. Nach kurzer Zeit habe ich die SMS bekommen. Und schon bin ich fertig. Als Admin merken Sie sich diesen Namen und merken Sie das Portal. Jetzt gehe ich auf meiner Checkliste weiter. Ich könnte zusätzliche Admins anlegen. Dazu muss ich mich halt einmal anmelden. Sobald hier das Ready2Co ankommt, klücke ich einfach drauf. Und ich bin in meinem Adminportal. Ich bin jetzt auch automatisch angemeldet. Jetzt kommt natürlich die Info. Office 365. Wir möchten die vergünstigten Domains haben. Das heißt, ich muss als nächstes beweisen, dass mir die Domäne gehört. Dann mache ich hier ein Next. Ich gebe die Domäne ein. Diese Domäne möchte ich verwenden. Sie würden dort natürlich Ihre Schuldomäne eingeben. Und jetzt sagt er, ich muss beweisen, dass diese Domäne mir gehört. Das heißt, ich muss jetzt hier auf meinen Provider, in dem man das 1&1, mich anmelden und einen Textrekord aktieren. Wenn Sie das nicht selbst können, weil die Domäne von jemand anderem verwaltet wird, dann klicken Sie auf Add a Verification Record, sagen Continue. Und jetzt sagt er Ihnen, Sie müssten diesen Textrekord anlegen. Das mache ich jetzt in einem anderen Browserfenster. Das wird in diesem Video nicht mitgeschnitten, aber damit ich gleich auf Verify drücken kann. Ich habe mich mittlerweile bei 1&1 angemeldet. Hier füge ich jetzt einen sogenannten Textrekord hinzu. Dann sehen Sie, der muss hier den Namen MS gleich haben. Das heißt, den addiere ich jetzt einfach hier und sage, den Time to Live hole ich mir auch noch, 3600, und sage Speichern. Das ist jetzt passiert. In der Regel dauert es ein paar Minuten, bis das synchronisiert ist. Und dann kann ich hier zurückgehen und klicke hier unten auf Verify. Das dauert etwas, weil Microsoft jetzt die DNS-Server fragt, ob dieser neu gemachte Eintrag da drin ist. Damit habe ich bewiesen, dass mir die Domäne gehört. Und das ist damit in Ordnung. Also sage ich hier in Done. So, und was Sie jetzt sehen ist, als Benutzer, ich habe einen aktiven Benutzer, nämlich diesen Admin. Und hier können Sie jetzt weitere Admins anlegen, indem Sie einfach sagen Add Benutzer. Sie geben den Namen, verpassen ein Kennwort. Ich nenne ihn einfach mal Admin 2. Und auch hier haben Sie die Wahl, jetzt die neue Domäne oder die alte auszuwählen. Meine Empfehlung ist, Administratoren sollten immer diese Domäne nutzen, damit die immer funktioniert, auch wenn Ihre andere Domäne vielleicht mal nicht verfügbar ist. Sie können ein Kennwort selbst vergeben. Der nächste Schritt gebe ich eben die Info. Sie sehen, bei Default habe ich 5000 Lizenzen. Ein Administrator braucht aber keine Lizenzen. Das muss nicht sein. Aber ich gebe ihm hier die Rolle, er ist wegen mir ein globaler Admin und damit hat er alles. Und wenn ich jetzt sage Next und ich sage hier auf Finish, dann habe ich jetzt quasi einen zweiten Admin. Und Sie sehen hier auch das Startkennwort, was dieser Admin auch zugewiesen bekommt. Das muss ich natürlich gleich ändern bzw. dem neuen Admin geben, damit er sich bei der ersten Anmeldung sich entsprechend ändert. Ich könnte über den Weg auch weitere Benutzer hinzufügen. Jetzt schauen wir mal auf unsere Liste zurück. Das heißt, wir haben jetzt auf unserer Liste Benutzer angelegt. Die eigene Domäne haben wir auch schon gleich mit angelegt. Sie haben gesehen, wie einfach das ist. Der nächste Schritt ist, dass Microsoft sagt, Sie müssen Ihr Netzwerk entsprechend sicherstellen. Damit ist nur gemeint, dass die Benutzer, die auf Teams zugreifen, auch entsprechend berechtigt sein müssen. Berechtigt heißt, in Schulen ist es ja häufig so, dass Schüler keinen öffentlichen freien Internetzugang haben. Das heißt, pflegen Sie entsprechende Namen von Microsoft, zum Beispiel Teams, Microsoft.com und die IP-Subnetze von Microsoft in eine Whitelist ein, damit die Schüler damit arbeiten können. Jetzt bei der Situation Corona ist es natürlich so, dass die Mitarbeiter bzw. die Schüler zu Hause sitzen. Und wenn die Schüler zu Hause sitzen, an ihrer FRITZ!Box, an ihrem DSL-Router, wo auch immer, dann gibt es dort natürlich keine Firewalls. Insofern ist dieses Thema dann auch erstmal sekundär. Als nächstes müssen wir natürlich die Benutzer, also die Schüler und die Lehrer anlegen. Schüler und Lehrer anlegen ist relativ einfach. Sie können das hier von Hand machen. Das ist natürlich mühselig. Sie können aber auch sagen, ich addiere mehrere Benutzer auf einen Schlag. Und hier ist es recht einfach. Sie importieren eine sogenannte CSV-Datei. Das Beste ist, Sie schnappen sich hier eine CSV-Datei als Muster oder exportieren diese Liste der Benutzer aus Ihrem Schulsystem oder wo auch immer Sie sie herbekommen, um die dann hier drin massenweise zu importieren. Ich lege jetzt testweise einfach einen Lehrer und einen Schüler als Beispiel manuell an. Das heißt, ich nehme den Schüler H1. Schüler H1. Und er bekommt von mir ein Kennwort. Ich muss es nicht ändern, dass es funktioniert. Ich gebe ihm eine Studentenlizenz. Und Sie sehen, der Student hat quasi all diese Lizenzen. Wenn Sie gewisse Dinge nicht möchten, dann können Sie die natürlich hier wegklicken. Für unser Beispiel wäre es vielleicht jetzt interessant zu sagen, wir möchten nur, dass die Schüler mit Teams arbeiten und eben nicht mit Rights Management und keine Exchange-Post verkriegen und alles. Das kann man dann hier alles einstellen. Er bekommt natürlich keine Rechte und auch sonst bekommt er nichts. Damit habe ich den Schüler H1 schon angelegt. Jetzt brauche ich noch einen Lehrer als Beispiel. Sie nehmen dann natürlich bitte die richtigen Namen dazu. Der bekommt natürlich eine Lizenz für die Fakultät, also der Lehrer. Der hat dann mehr Berechtigungen. Auch sonst braucht er keine Adminrechte. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich hier drunter noch die Straße und den Ort und all das pflegen. Aber das brauchen Sie im Prinzip nicht. So, und damit haben wir auch den Lehrer schon eingerichtet. Das sind im Prinzip alles kostenfreie Microsoft-Content. Wenn ich mir meine Checkliste nochmal angucke oder Benutzerngruppen anlegen. Manuell hatte ich Ihnen gerade gezeigt, den Import der CSV auch. Sie können natürlich auch, wenn Sie ein lokales Active Directory haben, also wenn Ihre Schule ein Active Directory betreibt, in der alle Lehrer zum Beispiel Konto haben, können Sie das Programm ADSync installieren, damit zumindest die Lehrer schon automatisch basierend auf Ihrem lokalen Active Directory gepflegt werden. Sollten Sie in diesem Active Directory sogar Ihre Schüler alle angelegt haben, dann können Sie das über den Weg auch machen. Es gibt auch eine Software, die heißt SchulDataSync. Damit können Sie aus verschiedenen Schulverwaltungssystemen die Schüler und die Lehrer in diesen Office 365-Tenant synchronisieren. Hier sind ein paar weiterführende Links dazu. Letztlich müssen Sie einfach nur Ihre Benutzer anleisen. Lizenzen zuweisen habe ich jetzt von Hand gemacht. Man kann Lizenzen natürlich auch über Gruppen zuweisen. Geräte verwalten. In Office 365 für Education ist auch die Verwaltung von Schulcomputern enthalten. Zum Beispiel per Intune Softwareverteilung und Inventarisierung zu machen. Ist hier jetzt nicht mein Thema, ignoriere ich einfach mal. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich mich einfach mal als Schüler und Lehrer anmelde. Das heißt, ich starte hier einfach einen neuen Browser. Damit Sie den Unterschied besser sehen, bin ich jetzt von Chrome auf ein Edge gewechselt. Und ich melde mich einfach auf dem Portal einmal an. Ich habe gesagt, ich bin Lehrer1. At msxfq.org. Das dauert ein bisschen. Ich nehme ein Kennbuch dazu. Und nun bin ich quasi in dem Portal des Lehrers. Jetzt kommt natürlich ein gleicher Assistent, der mir ein paar Dinge anzeigt. Da springen wir schnell drüber weg. Das ist hier jetzt alles Englisch, weil bei mir der Browser Englisch ist. Wenn ihr Browser auf Deutsch ist, sehen Sie es natürlich auch anders. Diese ganzen Sachen vergesse ich jetzt einfach. Wir starten. Sie sehen, Sie können auch Office installieren. Aber Sie haben hier keine Administration und ich starte direkt Teams. Nein, ich verzichte jetzt auf die Windows-App. Ich nutze erst mal die Web-App. So, und Sie sehen, alles, was ich hier zugewiesen habe. Ich habe den 1-zu-1-Chat. Ich sehe die Aktivitäten. Und wenn ich 100 Teams gehe, finde ich keinen Teams. Hier lege ich jetzt als Lehrer zum Beispiel mein Team an. Sie können steuern, wer Teams anlegen darf oder nicht anlegen darf. So, und ich nutze jetzt einfach mal eine Klasse, eine Schulklasse. Hier müssen Sie sich jetzt ein Namenskonzept überlegen. Zum Beispiel, dass Sie das Jahr mit reingeben, weil Sie haben ja vielleicht mehr. Das Teams betreiben Sie ja mehrere Jahre. Ich nenne mal das einfach 5a Englisch. Das soll einfach mal reichen. So, jetzt kann ich hier die Studenten hinzufügen, so ich die denn noch schon addiert habe. Einen Schüler habe ich ja, den addiere ich jetzt einfach mal. Sie können hier auch später eine Gruppe von Studenten hinzufügen. Auch völlig in Ordnung. Das heißt, wenn Sie eine Schulgruppe haben, 5. Klasse oder 5a, und haben dort alle Schüler drin, dann können Sie die auf einen Schlag da auch einbauen. So, und in jedem Team gibt es einen Kanal General. Und in dem sehen Sie quasi die ganzen Chat-Konversationen dazu. Sie können hier Dateien ablegen. Also auch hier, das ist alles natürlich jetzt wieder auf Englisch, weil ich einen englischen Browser verwende. Sie können natürlich das auch auf Deutsch genauso sehen. Sie haben auch ein Klassen-Notebook. Also quasi ein Notizblock für die Klasse, indem Sie hier ein neues anfangen, zum Beispiel. Und dann bietet er die ganzen Geschichten an. Was kann eine Collaboration Space? Das heißt, beide können editieren. Content Library ist etwas, wenn Sie Ihre Schulungsunterlagen bereitstellen. Und Student Notebook heißt, jeder Student hat sein eigenes Notizbuch, in dem der Lehrer editieren kann und der Student nur sein eigenes anlegen kann. Das heißt, hier muss ich jetzt entscheiden, was ist es, wie heißt es, für welchen Student, die ganzen Geschichten, Quiz, Heimarbeiten, Klassen-Notes, wie auch immer. Und die Aufgaben, die Sie machen, können Sie entsprechend später an die Schüler zuweisen und entsprechend damit spielen. Probieren Sie es einfach aus. An der Stelle möchte ich die Teams-Einführung erstmal auf die Seite legen und an der Liste weitermachen. Denn Sie haben gesehen, dass Sie als Lehrer das anlegen können. Die nächste Frage ist, kann das ein Schüler auch? Also starte ich einen Browser als Schüler. Auch als Schüler melde ich mich einfach an. Das geht natürlich genauso gut auf Linux und auf Mac und auch auf Mobilgeräten. Und dafür gibt es auch die App. So, und als Schüler sehe ich jetzt einen ähnlichen Assistenten, der hier hochpoppt mit den ganzen Geschichten. Office 365 ist natürlich ein komplettes Portal, ähnlich wie Google Classroom. In meinem Beispiel habe ich dem Schüler auch alle Lizenzen gegeben. Insofern sieht er hier auch alles. Wenn Sie ihm natürlich nur die Teams-Lizenz geben, dann hat er kein Word und kein Excel. Das ist eine generelle Entscheidung als Schule. Die Lizenz kostet Sie nichts. Also theoretisch können Sie als Schule sagen, ich möchte für all meine Schüler Word, Excel, PowerPoint nutzen. Das kann man aus Vertriebsaspekt von Microsoft natürlich verstehen, weil Sie sagen, ein Schüler, der mit Word, Excel und PowerPoint arbeitet, wird es vielleicht auch später im Berufsleben tun. Ich klicke hier auf Teams, weil uns interessiert eigentlich nur Teams im ersten Moment. Und es dauert ein bisschen, bis Teams gestartet ist. Und da wir diesen Schüler 1 schon ins Team aufgenommen haben, müsste er sofort sehen, dass er im Team ist. Auch der Schüler bekommt die Infos. Soll er eine Windows-App installieren oder möchte er einen Browser nutzen? Ich nehme einen Browser. Diese Meldung ist natürlich jetzt irreführend. Und die darf an der Stelle eigentlich nicht kommen, weil ich bin bereits aktiviert für Teams. In dem Fall würde ich jetzt einfach eine gewisse Zeit warten. Wir schauen uns unsere Checkliste einmal weiter an. Ich habe hier ein paar Links addiert über Teams schützen. Das heißt, wie kann man verhindern, dass jemand Teams anlegt? Auch für die Schule ist das interessant, dass nicht jeder Lehrer Teams anlegt, dass sowas zentral gemacht wird. Auch bei den Policies können wir uns Teams mal ein bisschen genauer angucken. Als Administrator bin ich hier noch im Teams enthalten. Sie können hier über Show All das Teams Admin Center sich anzeigen lassen. Ich habe das Admin Center jetzt direkt über die Eingabe von admin-teams-microsoft.com gestartet. Und Sie sehen hier, dass Sie sofort im Admin Center auch drin sind. Auch hier sehen Sie natürlich die Benutzer von eben, Lehrer, Schüler und mein Admin. Alle, die eine Lizenz haben. Das heißt, den Admin 2 sehen Sie hier jetzt nicht, weil der hat natürlich keine Lizenz. Sie sehen hier auch die verschiedenen Teams, die es in dieser Umgebung gibt. Also mein 5a-Englisch-Team ist hier schon entsprechend da. Wenn ich hier reinklicke, dann sehen Sie auch, wer ist Schüler, wer ist Lehrer, welchen Status hat er, Besitzer oder nur Mitglied. Das hat auch eine E-Mail-Adresse des Teams, um es anschreiben zu können. All die Geschichten sind halt vordefiniert. Sie sehen, dass Microsoft einige Policy-Richtlinien gleich mitliefert. Wenn ich die mal entsprechend aufklappe, dann sieht man, es gibt welche für Lehrer, für drei verschiedene Schülerklassen, die natürlich steuern, was sie dürfen. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel eine Primary-Schule anlege, was am ehesten der Grundschule entspricht, dann sieht man hier, welche Policies dort hinterlegt sind. Für Meeting, für Application, für Calling. Ich schaue mir mal so eine Meeting-Policy an, weil wir primär ja uns über Meetings unterhalten. Und dann sehen Sie quasi, welche Möglichkeiten es gibt, was ist der Default, darf man anonyme mit hinzufügen. Und all diese Geschichten, die Sie hier steuern können, wer darf was machen, wer darf PowerPoint sharen, ist Whiteboard allowed zugelassen. Die können Sie alle entsprechend bearbeiten und den Benutzern dann später entsprechend zuweisen. Ich schaue mir mal den Lehrer an zum Beispiel. Das heißt, der Lehrer, der hat hier folgende Policies. Der hat überall die Org-Wide-Defaults, das heißt, der große Standard. Wenn ich mir den Schüler entsprechend angucke, auch dieser hat die ganzen Defaults. Das ist natürlich ein bisschen viel, das heißt, hier sind Sie gefordert, dem Schüler eine entsprechende alternative Richtlinie zuzuweisen. Indem Sie hier draufgehen, das kann man hier manuell machen, dass man die einzeln editiert, was natürlich sehr mühselig ist. Oder Sie hier ein sogenanntes Paket zuweisen. Das ist zum Beispiel ein Grundschüler, weiterführende Schüler oder eine Hochschule. Sie sehen, dass es hier auch Geschichten für Krankenhäuser gibt und andere Sachen. Diese Richtlinien kann ich hier von Hand zuweisen. Auch diese können Sie natürlich automatisiert per PowerShell zuweisen. Komme ich zurück zu meiner Liste. Das heißt, das waren die Policies. Wenn Sie für einen Mitarbeiter oder für einen Schüler oder für einen Lehrer eine Mailbox angelegt haben, das heißt, die A1-Lizenz komplett zugewiesen haben, aber Sie sagen, mein Mail-System ist im Moment ein anderes, dann ist es vielleicht interessant zu verhindern, dass die Mitarbeiter oder die Schüler diese Mails intern nutzen, also für nach draußen. Dazu kann man auf dem Exchange Admin Center unter dieser URL, ich klicke die mal kurz an, auf dem Exchange Admin Center melde ich mich entsprechend an. Dann kann ich hier über den Punkt Mailflow eine Regel anlegen, eine neue Regel. Dann klicke ich hier auf More Options und sage, alle Mails, bei denen der Empfänger außerhalb der Organisation ist, diese werden geblockt mit einer Information, keine externe Mail erlaubt. Und ich speichere das. Das heißt, jetzt können alle Personen mit einem Postfach in diesem Mandanten untereinander Mails schicken, aber nicht ins Internet raus. Eingehende Mails aus dem Internet funktionieren ja sowieso erst dann, wenn Sie den sogenannten MX-Rekord von draußen nach drinnen umgestellt haben. Was jetzt kommt, sind Geschichten, die ich jetzt hier in diesem Video nicht weiter behandle, weil der Tenant ist ja eingerichtet. Wie Sie entsprechend Teams anlegen, das Fenster haben Sie schon gesehen, es gibt hier im YouTube auch entsprechende Filme dazu. Das gleiche gilt für Lehrer, dort gibt es einen extra Crashkurs für Lehrer. Und Schüler sind in der Regel relativ einfach, mit Teams zu arbeiten. Microsoft veröffentlicht auch einen Link für einen Fernunterricht. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist jemand, der Ihnen dabei hilft, Ihre ganzen Benutzer hier anzulegen. Sei es manuell einzeln, manuell über eine CSV-Datei oder über einen Import. Und idealerweise auch entsprechende Gruppen anzulegen. Zum Beispiel, er hat automatisch eine Office-Group angelegt, in der die Leute entsprechend enthalten sind. Lehrer und Schüler, damit Sie diese Gruppen später verwenden können, um Rechte zu vergeben. Bis dahin möchte ich es für heute genug sein lassen. Es gibt keinen Grund, nicht anzufahren.